Die Teile, teilweise gebraucht, teilweise neu, die es zu dem Chevrolet Apache Pickup gibt. Wir haben hier einen Fächerkrümmer, da hinten steht dann ein linker Kotflügel. Vorne eine Türverkleidung, sind aus Blech, sehr gute rechte Türe. Hier die Pumpe und die Halter für die kippbare Ladefläche. Neue Einstiegsbleche, links und rechts. Dahinter stehen dann von der Ladefläche links und rechts jeweils gute gebrauchte Bordwände, die langen. Zwei Kabinenecken, ein Reparaturblech für den Kotflügel auf der anderen Seite. A-Säulenbleche werden eigentlich gar nicht benötigt, aber sind auch da. Nochmal eine Türverkleidung und hinten rechts einen gebrauchten Kotflügel. So kann man sehr schön den Used-Look erhalten. Genau. Sollte. 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 Sollte.